Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Together Iron. Hallo Lüle! Ich bin hier im Heiron-Tor oder am Heiron-Tor. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden, weil wir haben ja die letzte Folge mehr oder weniger auseinander beendet oder natürlich mal hier hergewandert, keine Ahnung. Es ist nämlich eine neue Aufnahme, bleibt ja schon. Ich habe vorher gemacht, genau. Genau, und worum auch immer da hier rumstand, dachte ich, gehen wir auch mit hier hin. Dann muss ich wenigstens nicht erst hierher fliegen in der Folge. So sind wir wieder gemeinsam vereint hier. Ja, ich weiß doch, dass ihr dem Liebbel lieber den Ausschnitt seht. So was anderes ist ja auch nicht wert. Apropos Wert, was für den Wert machen wir jetzt? Das war eine gute Überleitung. Welchen Wert? Welche Quest du pfeife? Was meinst du denn mit Wert? Wir machen jetzt eine wertvolle Quest. Und das einzige von Wert ist halt dein Ausschnitt. Lieg mal los. Oder wenn man dich ausschneidet halt irgendwo aus dem Video. So, lass mal da rein kommen. Ich kann dich ja auch mal ausschneiden. So, ich nehme mal an, du bist in Abbey? Welch in Abbey? Also in Abyss? Nein, wirklich. Komm, komm, komm. Warum fliegst du denn wieder hin? Wo fliegst du? Komm, komm mal her zu mir. Bin ich ins Abbey. Bissst du da hinten? Ja, genau. Achso. Wir machen jetzt die Erschaffung eines Monsters. Wir haben jetzt eine Fragminderung 3 und die Erschaffung eines Monsters. Wir machen jetzt erstmal die Erschaffung eines Monsters, weil wir in eine Instanz rein müssen. Und ja. Wo wirst denn du? Dann machen wir jetzt erstmal die Vorwesten. Ich bin immer noch da. Wir fliegen jetzt hier runter. Einfach mal. Okay. Eigentlich kannst du jetzt mal deine Flügel, na gut, mach's halt nicht. Wenn du die Flügel, wenn du die Flügel... Oh, hier geht's nicht weiter. Ja, wenn du... Ja, gut, dann laufen wir jetzt. Komm runter. Ja, geht nicht. Ich mach's halt so zu. Mal gucken, ob ich... Ja, ich komm noch an. Gut. Oh, der Typ hat sich schon wieder ein... Äh, der Typ hat sich schon wieder ein Warg... Oder wie es halt in Herderinge heißt, Warg. Ich soll damit dann was anderes spielen. Ja. Okay. Mal ganz ruhig hier, ehrlich. Warum? Warum nicht. Wird's nicht einfach so. Nee. Ein Let's Play, wo man ruhig ist. Wo gibt's denn sowas? Bei mir? Das wäre dann ein Walkthrough, müsstest du doch wissen. Ein Walkthrough? Ja, ein Walkthrough. Okay. Ich will dann mal hier runterfliegen. Ja, ich bin schon ziemlich weit unten. Boom. Na gut, ich komm hinterher gelaufen. Oh, oh. Boom. Aber ich lebe noch. Ich lebe auch noch. Ich warte dann mal hier bei dir. Also hier, auf dich. Nicht hier bei dir. Ja, ja, warte mal hier bei mir auf mich. Ja. Genau. So, da sind wir. Ja, 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 wieder diese Tierliebe. Das sind Oktasiden. Magst du Oktasiden? Ja, ich mag alle Tiere, die mich nicht angreifen. So, wohnst du hier drin? Warum? Sieht ein bisschen aus wie bei dir zu Hause unter der Brücke. Ja, ich sitze nämlich eigentlich, ähm, glaube ich, kalt unter einer Brücke gerade. Ja. Ja, das einzige Wasser hat, ist ein DSL-Anschluss. Ich habe mir von, ähm, genau, ich habe einen DSL-Anschluss gerade an, ja. Genau, von der Brückenbeleuchtung her. Es war gerade ein bisschen kalt hier und frossig und hört ihr den Wind? Ja, ne, den Wind hört man nicht, aber ab und zu kommen ja spielende Kinder vorbei. Die hat man ja in der letzten Aufnahme von Star Wars gemerkt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Und die Feuerwehr fährt auch oft, dass über die Brücke das hört man ja auch. Ja, ich habe schon viel durch mit dir. Da oben ist er. Bist du eigentlich so weit, findest Lapron Durs? Ich habe keine Ahnung. Ja, doch. Passt. Der fragt euch, wo wir uns vorstehen. Okay, wir müssen zurück. Wir können, glaube ich, Rückkehr nehmen. Machen wir Rückkehr. Rückkehr, Rückkehr. Immer diese Rückkehr. Sei froh, dass es keine Backkehr ist. Nee, bekehren lasse ich mich ja auch nicht. Aber alles, was mit Kehren zu tun hat, das artet in Arbeit aus. Kehren, wischen, Hausarbeit. Das kann Ladeau machen, erst die Frau. Du hast auch eine Freundin dafür. Ja, macht ja auch viel. Erwähnte Lappontos ein geheimes Labor tief in der Lieferisten-Forschungseinrichtung. Leider erwähnte er den genauen Ort nicht. Daher müsst ihr das Gebiet sorgfältig durchsuchen. Okay. Kriegt man hin. Oder auch nicht. Werden wir sehen. Ich krieg's hin. Du nicht. Ohne mich kriegst du das auch nicht hin. Hab ich verschlossen. Das würde wahrscheinlich stimmen. Siehst du? Du bist eben nichts ohne mich. So, wo fliegt man eigentlich hin? So, wir machen einmal mit dem Flugtransporter Richtung Sineas Lager. Alles klar. So, hopp. Ich wünschte, ich könnte verreisen. Slop. Abolus. Hieron. Da. Sichere Reise. So, fliegen wir mal wieder los. Dem Tür hinterher lasst du gar keinen fahren, du. Ja, ihr seht schon, ich hab gerade mein Millionsmenü etwas aufgemacht. Und, ja, sind natürlich rausgegangen. Weil, ja, tatsächlich halt gar nicht mehr aktiv gespielt wird irgendwie. Wir hatten jetzt, ja, wir würden, wie gesagt, Stupe 8. Und wir machen 7 Millionen AP oder sowas in die Richtung. Ja. So ist das halt. Ja. Keine Zeit mehr dafür. Genau. Lieber andere Spiele zucken. Genau, richtig. Und dabei aufnehmen. Richtig. Naja, wie gesagt, die, ja, Befindlichkeiten bzw. die Vorlieben ändern sich immer mal. Jedes Spiel wird auf Dauer mal langweilig. Dann nimmt man sich was anderes vor. Das ist ganz normal. So. Ja, schon, wenn wir schon hier sind. So müssen wir den annehmen, die Questionnaire. Nö, nö, nö. Hätte ich mich auch nicht untert. So, gut, okay, weiter. Weiter jetzt. Ich vermisse meine Wolke immer, wenn ich hier durchlaufe. Machst du, Jindujun? Ja, mein Jindujun ist weg. Fieses Spiel. Ja, es gibt sie mir was. Und dann nimmt sie es mir weg. Heiß kalt. Wie lange hattest du deine Wolke gehabt? Eine Folge? Ne, zwei, drei Folgen hatte ich so. Ja, okay. Blibli. Aber nur wegen dir. Ich hätte ja am Anfang noch eine langen Aufnahme mal angenommen, aufgemacht. Aber nein, du wolltest ja nicht unbedingt gleich aufmachen. Oh, jetzt habe ich mal wieder zerstört. Ich dachte, er wird nicht überschrieben irgendwie, aber naja gut. Siehste. So, jetzt muss ich doch mal eine Koordination finden. Ja. Das kenne ich bei dir. Aber wir haben noch Laufrollen. Achso, hier habe ich die ganze Zeit nicht drin. Ja, ich habe die auch gerade reingehauen. Ich denke eigentlich immer nur dran, wenn du quasi, ja, vor mir wegrennst. Lalalala. Jo. Plupp. Wieder eine Wegfindung hier. Zack, um die Ecke. Von allem lässt er sich hauen. Ja, man muss ja auch mal durchrennen hier. So, hier rein geht's jetzt. Schauen wir mal, dass wir so wenig wie möglich, ja, mit uns ziehen jetzt. Du weißt aber schon, mit wem du hier redest. So, nehmen wir mal den hier, hauen wir mal weg. Und bäm, 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 bäm. Pui. Selbo eh. Ne, ich habe Bui gesagt. Weil ich den weg tot machte. Totalisieren. Na, warte. Ja, müssen wir weiter. Alter, hinten. Ja. Das ist kein gültiges Ziel. Aber ein mächtiges Liegends-Elixier hat das ungültige Ziel dabei. Ihr habt ein ungültiges Ziel. Ihr habt ein ungültiges Ziel, ey. Ungültiges Ziel, bla bla bla. Genau. So, jetzt versuchen wir mal hier an der Wand vorbeizukommen. An der Wand. An der Wand etwas, ja. Wen haust du den? Den habe ich ja. Okay. So, eine edle Macht, Scherbe, freue ich mich. Voll edel. Weißt du eigentlich, was das ist? Ja, damit kann ich Scherben vermächtigen. Ne, das ist eine solche hier, wo ich meinen Eingriff ein bisschen verstärken kann, soweit ich mich erinnere. Ja, genau. Siehste? Ich bin ja, ich bin ganz so doof, wie du aussiehst, bin ich eben nicht. Ich wollte dich noch ein bisschen merzen. Ich bin gar nicht so doof, wie du aussiehst. Ja, das ist ja mal. Ich meinte ja, wie du aussiehst. Ah, er kam noch drauf. Glück gehabt. Für dich. Ja, ich wollte eigentlich erst ignorieren, aber. So was verletzt mich doch immer so gut. Naja, aber die Wahrheit muss halt manchmal verletzend sein. Gut, jetzt können wir hier rein. Könnten, wenn ich Lust hätte. Ja, kommen wir hier an, angedackelt. Ups. So, ihr betretet Lepartisten im Geheimlabor, nehme ich mal an, ne? Lepartisten, genau. Pum. Wenn ihr im Labor der Lepartisten seid, müsst ihr möglichst alle Geräte zerstören. Ohne sie sind ihre grausamen Experimente nicht mehr machbar. Ja, Lepartisten. Tiefen Labor in Ormen und Brauch ist die Kreatur, die sie RRM 78C nennen. Tötet sie. Solange sie lebt, ist Elisea in Gefahr. Heidi. Oh, und kehrt nicht ohne die Forschungsunterlagen zurück. Hey Black, wie geht's? Ich hoffe, ich quatsch dir nochmal schön fett ins Mikro. Äh, ins Mikro. Ins Mikro. Mein Video ist schon lang zu Ende. Oh, schade. Okay. Sesam, öffne dich. Öh, nein. Was, nein? Ja, geht doch. Na, das würde ich doch hoffen, sonst bräuchte man hier nicht reingehen, wenn wir hier Kämmern besiegen können. Siehst du, das reicht für das Erste. So, da kommt der Nächste gleich noch. Da haben wir jetzt öfters an. Aua, ich schlafe gerade mal runter. Ich bin müde. Ich merke das schon. Okay, mach mal weiter. Oh, oh, oh. Ja, laufst du mal. Ihr habt keinen Fall. Ja, ich bin ganz schön heftig gerade. Ja, in der Tat. Ich glaube, ich sterbe, ich sterbe. Ich bin tot. Oh, oh. Und lass mich raten, du hast keine, du hast keine Steine dabei. Nee, natürlich nicht. Du hast mir lieber hier gegeben. Ach, nein. Ach, schlimm mit dir. Nichts überlebt da. Ne, ich wollte einfach hier auf dich. Kommst du? Ach, ja. Ich muss jetzt von High on Tour nochmal hinlaufen, ne? Ach. Oh, je. Du hättest mir mal ein paar Steine holen können. Ja, du hättest mal. So, mal gucken, was habe ich denn hier so eigentlich noch einstecken? Ne, eine Eterkanone. Die. Achso, muss ich mal mit meinen Eterkanonen vergleichen. Dann muss ich mal meine Waffe wechseln. So, mal schnell ein paar Steinchen besorgen. So, Eterkanone der verlorene Sivilisation. 258. Oh, wie auch wieder die Tastenhaut ist nicht mehr feierlich. Ja, tschuldig, meine. So, was haben wir hier? So, und jetzt hier die so fucking gemischt waren, Händler. Können wir mal sehen? Ach, da war das P. P. So, was haben wir hier? Ne, ne. Ne. Das ist alles voll. Also, ich hab dich noch was. Ich hab nebenbei, hab ich mal, wenn ich einen neuen Inventar voll ist, ach, leck mich. Hehehe. Kannst du mal sehen, wie es mir geht. Immer. Mit meinem armen Inventar. Kampfmodus verhindert, so. Und nun nehmen wir Kampfmodus, ich kenne doch gar nicht. So, jetzt. Gut. So, ich hab jetzt 30 von dem Scheiß. Ich hoffe mal, das reicht. Guck mal, ob ich vielleicht noch was verkaufen kann, hier. Hier. Guck, gluck, gluck. Oh, Mann, hast du dann erfolgreich verankert? Ich hab auch ein Tablet. Guck. So, die Kanonen, kann ich da natürlich auch noch was machen. Ich mach aber erstmal eine Aufnahmepause, würde ich sagen. Und der DÜ macht mit. Und ich würde sagen, dann kann er sich wieder hierher begeben. Und dann bewegen wir uns von hier, dann gemeinsam in der nächsten Aufnahme. Also, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder gemeinsam. Bis denne. Tschü. Tschü.